Was unterfällt mir so ein Satz ein, wie sprechen Menschen vortrefflich? Natürlich aneinander vorbei. Dieser Ausspruch von Kurt Tucholsky hat nichts an Aktualität verloren, ganz im Gegenteil, im letzten Jahrhundert, glaube ich, hat sich Kommunikation noch erschwert. Zu diesen erschwerenden Faktoren kommen einige hinzu, nämlich unser tägliches Stress, neue und unvorhergesehene Herausforderungen zu meistern und damit auch die Unsicherheit, was kommt als nächstes. Auf der anderen Seite werden die Themen immer viel komplexer, immer größer die Projekte und daraus entstehen auch, dass viele Themen auch immer widersprüchliche Dinge beinhalten. Und in der Kommunikation gefragt jetzt, wie kann ich Widersprüchliches einfach erklären? Wie kann ich Unsicherheit treffsicher entgegnen? Oder wie kann ich komplexe Dinge einfach schnell einmal zwischendurch erklären? Und ich glaube, genau dieses Spannungsfeld von diesen Fragen ist in unserer heutigen Kommunikation so wichtig zu bedenken und immer wieder sich zu fragen, kann ich denn wirklich meine Welt in ein, zwei Sätzen dem anderen, meinem Vis-a-vis auch mitteilen? Und ich glaube, das ist ein, zwei Sätzen, 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 das